Wenn ich schießen will. Ist irgendwie häufig hier. Der hat Molotows dabei. Heißt du den Molotows? Ich weiß vor allen Dingen, wo der Heckenschütze ist. Heckenschütze da. Ich würde gerne meinen Raketenwerfer aufladen. Nachladen. Und. Feier. Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Hast du gesehen, wie das eine Rad da so dran vorbei ist? Wo besser? Ich bin. Ey, hinter uns. Hinter dir. Hinter dir. Wo? 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 Nein! Gib mir doch Rückendeckung. Ich bin nicht tot. Das geht so einfach. Ja, dann schmeiß dich so auf mich weit rauf. Weißt du, so von hinten so umarmmäßig. Immerhin, wir müssen nur den Kompon hergreifen. Das ist schon mal ein Vorteil. Ja, das ist aber nett. Ja, nach der Höhlenaktion, ja. So, dann pass jetzt auf. Jetzt treffe ich den Scheiß auf. Ich guck jetzt erstmal, ob ich den Sniper fände. Direkt wegpratzen, das Mistvieh. Der Sniper kommt von da oben. Ich weiß. Deswegen halt, ich tausche direkt hin. Ach, von wo denn? Ach, von da. Ah. Wo ist der zweite Wagen? Ich glaube, es ist ein Sniper da oben. Beide Wagen erledigt. Ah, das macht Spaß. Explosionen sind richtig geil hier. Ja. Und die Grafik ist auch richtig schön. So, warten wir mal auf die. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ja, wie? Boah, warum wächst denn zu den Waffen nicht? Neben mir war einer. Wo kommen die her? Die haben da nichts zu suchen. Gucken, 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 gucken. Gucken, gucken, gucken. Gucken, gucken, gucken. Hier hinter, hinter, hier hinter kommt jetzt direkt einer. Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Die sind hier. Ja, klar, ey. Machen Sie mal fertig da. Ist dort. Ist nichts dabei. Hab es. So, ich muss mal holen. Hab es. Ich guck, dass ich so lange ein bisschen übersichtbar halt hier. Ich muss eben auch noch holen. Pflaster drauf und weiter geht's. Ja, hol dir noch Munizung. Ich, pass hier, bitte Wagen auf. Wir müssen direkt in den Wagen. Wir müssen jetzt bei der zweiten kommen. War eigentlich da oben der Sniper hinkommen. Da in der Hütte. Keine Ahnung. Ich will jetzt den Wagen erwischen. Bam. Da bin ich. Dreifach. Die zucken nicht mehr. Komm, wo ist der zweite Wagen? Kein zweiter Wagen? War das eben gerade zwei? Ist mir grad egal. Hier ist wieder so ein Vietnameser oder was immer das für Leute sind. Es kommt kein weiterer Wagen. Nein, 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 nein. Wag es nicht, danke. Kein Scheiß. Hey, hier ist Sprengstoff. Da ist der zweite Wagen. Ich muss nachladen. Ja, lad nach. Komm schnell. Ich räum den scheiß Wagen weg. Ich räum den scheiß Wagen weg. Alles klar, Lästerlein. Hör auf mich so zu nennen. Wer wirft der Wagen weg? Wer wirft der Wagen weg? Wer? Von wo? Was? Was zur Hölle? Boah, ist das dann mies, ey. Scheiß Selbstmordattentäter, ey. Du. Du. Krippierst mir jetzt nicht weg. Oben, oben. Oben hinter der Palme sitzt einer. Wo? Da oben. Da oben. Links von dir. Rechts von dir. Unter der Palme. Ja, genau. Da. Ey. Nein. Hau ihn um! Nein, nein, Moment. Herr Loth. Herr Loth. Herr Loth. Herr Loth. Moment. Heil dich! Ist der tot? Nein! Nein, das gibt's doch nicht. Warum hast du dich nicht geheilt? Ich war grad dabei. Warum rätst du beim Heilen aus der Deckung? Hab ich nicht. Ich dachte, der sitzt dahinter. Nein! Der ist voll weit weg gerannt. Kann ich ja nicht sehen. Ich hab keinen, ich hab keinen 360 Grad. Sicht so wie du. Nee, 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 nee. Boah, ich glaub, die werden uns so zerreißen, deine Ammonetten. Pff. Nach drei Folgen wird keiner mehr reingucken, ey. Dort! Sie kommen die Strafe an! Also alle, die jetzt noch dran sind, Respekt. Hä? Alle, die jetzt noch dran sind, Respekt. Ja, wirklich. Respekt. Dass euch die Scheiße so lange angetan hat. Wo sitzt der Sniper denn? Den seh ich von hier aus gar nicht. Ist der jetzt ernsthaft in den Hang reingefahren? Oh mein Gott, ey. Komm mal auf. Da ist ein. Von wo? Au. Ich seh ihn. Ich auch. Er ist tot. Ja. Du musst ein bisschen gucken, dass du die Hütte für mich noch ein bisschen mit dem Auge behältst. Ansonsten geh ich drauf. Und das dauerhaft. Weil die kommen gerne von hinten. Ja, haha, von hinten, haha. Nee. Weißt du, ich war gerade nur so ein bisschen mit zwei Typen beschäftigt, die du ja oben gerade glaube ich siehst. dauerhaft. Der eine ist hinterm Zaun und der andere, den hast du glaube ich schon erledigt. dauerhaft. Ja, ne? Ja, sind wieder, hier hinten hinterm Haus sind wieder welche. Also aufpassen. Ich steh mich wieder mal auf den Rücken. Ich steh neben dir. Da kommt einer um die Ecke. Wieso lebt der noch? Das kann ja mal nicht sein. Eigentlich, dass er noch gelebt hat. Ich meine, ich hab, die Hälfte von Markazin hat den getroffen und danach habe ich die andere Hälfte noch raufgerotzen, nachdem der gestolpert ist. Die müssen wir aber auf jeden Fall neu kürzen. Ja, ganz hinten. Du musst deinen Turntauben schießen, in der Entfernung. Aber nicht, wenn die hinter so nem scheiß Zaun sich verstecken. Denn hier hab ich jetzt grad irgendwie nicht wirklich den Nerv für. Boah. Ist egal, ist eh down. Oh, wer, wo? Oh nein, geht weg. Der Typ da hinten. Der, der brennt. Der, der jetzt tot ist, genau. Den auf den Gab in ner dicken RPG gezielt wurde. Also die Falle hat sich grad echt cool bewegt. Dein Job. Die Palme da hat sich grad irgendwie sehr seltsam bewegt. Sniper! Hunde! Boah, ne, ich hör nichts. Nein, Hunde. Scheiße, ich hab nen Hund auf mir. Wo denn? Wo denn? Wo bist du? Ich lieg hier um die Ecke. Nein, fuck, 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 fuck. Hundekiller. Okay. Oh, fuck, Auto. Da ist noch ein Jeep. Ja, ja, ja. Ich bin schon am Wechseln. Oh, ja, warte. Ja, genau, dieser fucking Sniper da oben noch mit dabei. Wo, wo liegt denn der? Ich lieg da in der Mitte und der ist wieder oben in dem Gebäude drinnen. Kannst du wieder aufheben? Oh, aber ich hab nur kurz nen Sniper ausgeschaltet. Damit der mich nicht auch noch in dem Weg machts. Oh, oh, hinten. Ich muss irgendwie rauskommen. Einfach durchkämpfen. Ich schieb hier. Master ist voll. Oh, was war dat denn, ey? Was ist schick? Das bezweifle ich ja nicht mal. Da ist noch der nächste Sniper. Ich weiß, wo er ist. Er ist wieder oben im Haus. Ist tot. Ich lade. Ich lade. Ja, du auch. Das ist schön. Nein, Hunde. 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 Lass eng zusammenbleiben. Hinter mir. Hinter mir. Wo? Ja, hinter dir. Hinter dir. Ah! Du kannst wahrscheinlich wegsterben die ganze Zeit. Ja, wie kann ich denn da fühlen? Von allen Seiten, ey. Da bin ich. Da ist ein Dicker. Nein! Nein! Warte. Warte. Mit dem reden wir. Der Sniper hatte ich im Visier. Ja. Was ist das hier? Shoot, dass ich einen Sniper down kriege. Mach das. Sniper down. Ich mach. Ich mach. Wenig Munition. Der Dicker ledet jetzt nicht mehr. Der ist etwas. Der Deal ist geplatzt! Mann! Ich wünschte, ich könnte dabei sein, wenn der Käpt'n davon erfährt. Boah, Ollo. Geh weg, ey. Wie du laberst. Der Käpt'n sollte nur Versprechen geben, die er erhalten kann. Zurück an Absender. Boah, guck mal, was wir alles gefunden haben. Das sind drei, sechs, neun, neuneinhalb Stunden Material. Das sind drei, sechs, neun, 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 neun. Das sind drei, sechs, neun, 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 neun.